So, wir haben jetzt eine kleine Durchsage mit einer Sache. Die Fahrerin des BKB Ford mit dem amtlichen Kennzeichen Ernst Hilda Paula 63 wird gewählt. Das ist ungefähr umgehend da wegzubringen. Ich vermute dann einfach, dass das ein Fahrerin ist, weil so wie das auf dem Auto da steht, kann das eigentlich nicht nur so sein. So, liebe Freunde, in unserer Gartenkriege... Das sind die Damen aber sehr sensibel heute, ja? Ja, keine Gartenkriege. Wir warten jetzt direkt mal auf. Heute in unserer Gartenkriege werden wir natürlich nicht nur die körperlichen Gebrechen aufgenommen, und wir behandeln dann auch die geistlichen Versehrtheitungen. Wir werden auch bei uns behandelt. Irgendwann sei es sich die unter anderem bloßlosen Fälle der Minderjährigkeit, die sich hier bereits unter anderem zusammengeschlossen haben. Und es ist zeitlos sicher, wie etwas vielleicht erfolgsbesprechend in deinen Fällen hier anzuschauen. Alle liebe Freunde, lebt euch zu, entspannt euch und genießt die Tatsache, selbst keinen Psychiater zu brauchen. Jedenfalls jetzt. Wenn, 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 wenn? Wenn, wenn mir she ist. Wenn! Sie sie steigt. Wenn! Die Mädchen. Wenn wenn! Die schöne Freund. Wenn! Mein Leben ist ein Heim, ein großer Höfer, ooooha! So, mal sehen wir heute alles für die Klasse kommt. Der erste Patient hier in meiner Warteliste ist OHA. Ist ein ganz prominenter Politiker. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben. Es ist der Ex-Bundespräsident Christian Rolf. Ja, Rolf, bitte nehmen Sie Platz. Was mit dem Mainland, das hat sich ja nur irgendwie erledigt. Aber irgendwie der Schaden ist zurückgeblieben oder so. Sonst wären Sie ja nicht hier. Also laut meinen Unterlagen leitet Sie in einem akuten Anfall des Münchhausen-Syndroms. Warum können Sie damit jetzt ausgerechnet Sie mir? Ich tue das. Weil ich dann absolut alles in den Sinn halte. Na ja, so richtig kann ich Ihnen das nicht glauben. Also, ich glaube, Sie brauchen da irgendeinen Kopf oder eine Blockade drauf. Die müssen wir erst mal böse sagen. Sie haben ja vorhin eine richtige Bauer aufgetaucht. Ich verstehe Ihre Bauer genug. Niemand hat hier eigentlich keine Macht, glaube ich. Also, Herr Rolf, so kommen wir hier nicht weiter. Sie müssen ja schon die Wahrheit sagen. Sonst kann ich Sie nicht beantworten. Über diese Ihnen vorzulegenden einstaatlichen Versicherungen hinaus, gebe ich der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die Ihnen nicht erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Na gut, Herr Rolf, dann können wir ja mal hier ein Qual-Therapie-Ansatz fragen. Dann erzählen Sie doch jetzt bitte mal, wie wahr wird das jetzt in diesem Anruf beim Chef Erlatt nur von der Bildseite. Hallo, Kai, hier ist der Christian. Herr Dichmann, hier spricht Christian Rolf. Ich möchte Ihnen nicht sagen, ich möchte Ihnen ja nicht drohen, aber das bedeutet Krieg, Zivil. Ihr Vorschläge, die ist best. Lassen Sie es mich so formulieren. Für meine Frau und mich ist der Unikon aber sowas von überschritten. Ja, Herr Dichmann. Und noch was? Allee, Arianna Hetz, Herr Dichmann. Ich versuche hier gerade, auch du, mein Sohn, Hutus, bist, der solch große Legende in Verbindung zu bringen. Und das zeige ich Ihnen, wo der Bart mit dem Motto ist. Ja, meine Frau und ich, wir hätten gerne zwei, Lasse Macchiato, die 17 und die 17 und 20, aber die hohen Männer. Das ist aber schön hier. Allee, oder? Hallo, mein Bestes, Herr Hetz, da sehe ich überhaupt keine Chance für Sie hier. Ich habe da, wir nicht nötig, weiter als Dörter mussten, die Überweisung zum Spezialisten für das Münchhausen-Symbol gegeben. Alles für Lieder! 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 Alles für mich, Herr Pitten. Alles für Lieder. Alles für Lieder! Alles für Lieder! Ah, da ist er! Der Philpeople von der FDP. Mr Twourableous und Hillel restrictions. Dritt Dritt CDU Ja, Herr Rösler. Herzlich willkommen hier in meiner Praxis. So, laut meinen Unterlagen leitet sich jemand ein überfährt Stümmelverlust. Ist das nicht gut? Na gut, dann lassen Sie mal Ihre Stümmel so hören. Also, Herr Rösler, das müssen Sie noch mal mehr ruhig. Ich dachte Sie, mein ... ... ist verstanden. Herr Rösler, Herr Rösler, das müssen Sie noch mal mehr ruhig. Also, ich weiß gar nicht, was es für die Tribune jetzt hier aussieht, aber das Problem ist gleich nicht klar. Sie sprechen einfach nicht die Sprache des Volkes. Und daher der Stümmelverlust. Am besten gehen Sie mal in den Baubart. Da gibt es dann auch wieder Prozente. Vielleicht können die Ihnen helfen. Ich kann das nicht. Jetzt 20 Prozent der Falle aus der Türraum. Aber jeder ist immer mehr ruhig. Einer muss immer mehr ruhig. Soviel zum Moment, Herr Rösler. Ja, und soviel zu diesen komplizierten Patienten. Irgendwie kann ich Ihnen heute überhaupt nicht mehr helfen. Mal sehen, wer der nächste ist. Aha, kommt von der italienischen Handelsmarine. Mal sehen, was das gerade ist. Ein Piscettino wird ja sich. Piacciano, 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 Piacciano! Ich bin der Kino. 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 Ja, was fällt uns denn? Aquasyndrom. Ein ganz schwerer Fall von Aquasyndrom seit einem bisherigen höchsten Schiffsethik. Aber wir müssen diese Sache nochmal auf den Boden gehen. Und deswegen werde ich sie jetzt einfach mal kinoisieren. Und wenn sie die Kino hören, dann sind sie ganz entspannt. Und wir erfahren die Wahrheit, wie das da abgereift ist. Das damit versteht, wie... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.